Ich nehm's in die Hand. Vorbeuge! Sorry! Heute sind wir hier in unserem wunderlichen Vorraum vom Proberaum. Da ist unser Raum. Wir chillen hier gerade, weil wir warten, ja, unser Aufnahme-Laptop muss ein Update ziehen. Das heißt, wir haben gerade nichts besseres zu tun, als eine spontane Rift-Challenge reinzuhauen und was machen hier. Ich habe auf dem Handy zufälligerweise Beats, so ein paar Hip-Hop-Beats und wir werden so ein kleines Reimspielchen spielen. So geht das wie folgt. Immer zweier Reimketten. Ich sag was, Danilo muss drauf reimen, Niko wirft ein neues Wort rein, auf das ich wiederum reimen muss. Danilo wirft dann wieder ein neues Wort rein, worauf Niko reimen muss, ich werfe ein neues rein und so weiter. Und man hat immer einen Beat, also wie sagt einen Takt eigentlich. Einen Einstiegstakt. Genau, ein Einstiegstakt dazwischen und dann muss der andere seinen Reim raushauen. Das heißt, wenn es zu lange dauert, dann ist derjenige raus. Richtig. Man sollte vielleicht noch sagen, kann man in dem Sinne keinen Sieger feststellen, der dann später, wer am wenigsten verloren hat, der hat dann gewonnen. Und gucken wir mal was für literarische Genüsse uns erwarten. So, was haben wir denn hier so? Bei mich an? Ja. Aus meinem Handy kommt ein krasser Beat. Der ist so krass wie frisches Meat. Frisches Meat. Das schmeckt voll geil. Darauf geh ich auch sonntags steil. Das ist meistens Probe hier. Und dabei trinken wir manchmal auch ein Bier. Meistens trinken wir Berliner Kindl. Doch heute ist es Astra. Da bin ich nicht so... Schwindel. Ich würde sagen, das ist nö, nö, nö. Ah, scheiße. Somit steht es natürlich schon 1 zu 0 gegen mich. So, du fängst an? Ja. Ich trinke gern gegen der Meister. Der klebt so wie Tapetenkleister. Ich nutz ihn auch, um Raufwasser zu kleben. Davon wird die Wand ganz eben. Ebene Wände kann man gut streichen. Auch mit Lack... Ah, Kacke! Ah, Kacke! Ah, Kacke! Ich wollte... Ich wollte so recht dumm streichen. Sagst du was mir? Leichen. Also nicht mal die Leiche, sondern was Fischleiche. Da wollte ich irgendwie auch das Ableichen. Aber das war irgendwie zu abstrakt. Okay, nächster Beat. Nico. Nico droppt. Und um an Geld zu kommen, deal ich mit Drogen. Ich pump auch auf den Halkogen. Anabolika ist immer sehr teuer. Aber scheißegal. Denn unterm Tisch stört man keine Steuern. Den Drogen dealen, das mach ich schwarz. Manchmal deal ich auch mit Quarz. Und damit quetzelbar. Aber das ist skeptisch. Ja, das hat recht. Denn das war richtig. Ich häng gerne mit den Bild-Girls rum. Die sehen zwar gut aus, aber sind ziemlich dumm. Das ist ein Vorurteil. Oh, das finde ich. Ist ein Vorurteil. Die machen mich doch leider geil. Chat egal. Irgendwogen müssen die ja herkommen. Die Vorurteile. Yo. Wow, das war unsere krasse Rap-Challenge. Heute hier nochmal. Yo, man. Yo. Wow, das war unsere krasse Rap-Challenge. Wow, das war unsere krasse Rap-Challenge. Yo, 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 yo. Wir haben die krassesten und tightesten Rhymes ausgehauen, die wir am Start hatten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn nicht, dann... Habt ihr Fake-Girls. Schreibt in die Comments, was ihr noch für Themen haben wollt, wo wir uns battlen sollen und was für Sachen. Und ansonsten bleibt nur zu sagen... ...Koboy! Ah! Zeug!